ja führe ich jetzt mittelstedt richtig platz da oben die flanke kommt girassi und da ist es und da ist es noch fragen seo girassi noch fragen wie gut kam er zurück nach dem afg cup dies das noch fragen die musst du erst mal so machen junger die musst du erst mal so setzen das ding musst du auch erst mal so setzen mittelstadt hat er wirklich der radios zehn meter freiraum geile flanke girassi zehn meter vor der hütte setzt sich durch gegen jens lange ecke unhaltbar drin wunderschön wunderschön du hörst hey vfb vorzeit kann statt alle 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 es ist ein schöner samstagabend bisher es ist einfach grund auf solider schöner abend bisher muss man sagen gibt nichts zu beanstanden schöne kamerafahrt von von sky mit jubel vom vfb im blog mittelstedt mittelstedt wirklich da würde ich als kovac oder als volksburg-fan wie auch immer austicken der der wirklich 800 meter platz der mittelstedt um die flanke zu bringen girassi steigt hoch oder steigt gar nicht mal so richtig hoch muss er gar nicht und köpft das ding eis kalt lange ecke 19 test saisontor 19 in was war es jetzt 17 spiel für den er ist der absolute voll wahnsinn 0 1 in volksburg während anton da vorne bären 2 komplett abkocht jungen schöner abend bisher wunderschöner abend bisher tag maustur ein trag maustur ein wunderschöner abend bisher eine ruhe die hier ausgestrahlt wird vom spiel eine souveränität die ausgestrahlt wird vom spiel herrlich herrlich seru girassi da ist er halt seit die qualität das ist die qualität bombenflanke von mittelstedt darf es auch nicht vergessen ist das geil so tor schütze girassi und das ist ja die frage was was passiert nächstes jahr deswegen musst du auch das hier das hängt sich bei mir auch immer mehr in den kopf rein das mindset sag ich mal dass du auch dieses jahr und dann auch nächste saison eben auch als ergebnis von dieser saison alles mitnehmen muss was geht alles feiern muss ich will nix hören von wegen bohr kommt europa zu früh kommt das zu früh bohr schämen sich doch zu hoch für uns ist mir alles egal wer garantiert uns nächstes jahr dass wir nicht wieder zwölfter werden was ja der eigentliche anspruch ist sag ich mal was ja die eigentliche erwartung ist aus den letzten jahren hinaus wer garantiert uns das wer sagt dass wir nächstes jahr wieder dritter werden niemand weißt du ja nicht was passiert im sommer wer bleibt wer geht trainer spieler wie entwickelt sich das wie läuft die nächste saison wie läuft das saustart du weißt ja nicht deswegen dieses so alles mitnehmen was geht hol so viele punkte es nur geht und nächstes jahr dann einfach genießen was es dann wird schämen sich europa league auch da alles mitnehmen alles feiern garantiert uns keiner wäre natürlich schön wir hoffen darauf die wickung gerade läuft richtig geil deswegen man kann gerade eher logischerweise natürlich viel positiver in nächstes so auch schon blicken als jetzt da irgendwie was schwarz mal zu wollen aber ich sage es mal ganz stumpf es garantiert uns keiner dass du nächstes jahr wieder fünfter sechster siebter wirst kannst du der zwölfter werden auch da sollte man dann nicht großartig meckern das ist der eigentliche anspruch aktuell aber deswegen dieses so alles mitnehmen was geht alles rausholen nächstes jahr alles rausholen alles mitnehmen europäisch vollgas geben da gehe ich auch fest davon aus wenn wir dann so weit sind dass wir das auf einem niveau wie einfach wie frankfurt machen und so geschichten wie er traditionsvereine die die europäische unterwegs sind das auf so einem niveau feiern die heimspiele sowieso außer spiele auch das ist glaube ich gegeben das gibt es auf jeden fall nächste saison dann was da abgehen wird ich glaube das kann man sagen wir spielen europäisch nächste saison das ist klar ist so die frage halt wo außer wir brechen ein und verlieren jetzt auf einmal jedes spiel deswegen alles mitnehmen alles genießen weil es ist ja absolut nichts garantiert dass es so weiterläuft wir hoffen drauf wir können positiv darauf blicken dass es vielleicht so weiterläuft aber es ist eben nicht garantiert deswegen alles feiern im jetzt leben beim vfb alles mit dem was geht mio kerasi karasor schön nach links verlagert und die jungs spielen einfach fußball jungs können kicken da kann jeder mit dem ball umgehen mittlerweile das ist so schön jetzt kerasi mal wieder richtung 16er unterwegs kerasor runter auf wagnumann mio wo führig fernschuss alter was ein strahl junger was ein strahl boah kurz davor den im knick zu sehen links oben von führig ausgesehen boah wo der hat schon mal so ein ding abgefeuert da in freiburg war es letzte saison glaube ich ne so ähnlich sah das ding hier fast aus was ein strahl von führig ein 2 0 werde ich noch mal ein bisschen geiler ne ist auch klar boah was macht ihr denn da war ich das wieder das wieder so ein ding gewesen wo man sich das ding einfach selber reinlegt schwieriger ball von anton wagnumann rafft sich dass er vielleicht hätte hin sollen nübel kommt dann irgendwie random raus und auf einmal zum glückspitzer winkel zum glückspitzer winkel läuft er aufs leere tor zu gibt den ball nicht durch eckball wolfsburg was auch gefahr ist für uns das wird ein klassischer fall gewesen von eigentlich alles ungefähr aber du legst die dinge halt selber rein dann im zweifel boah guck mal guck mal lauter matthäus wieder ito macht ein überragendes spiel matthäus einfach ein guter matthäus einfach ein guter ich sag's nochmal matthäus ein guter vfb fans gehen weiter vollgas es ist schön es ist einfach schön wann kommt die flanke ja wo ist auch du scheiße ja wo ist gerade sich die bockstark durchgespielt muss man leider sagen bockstark durchgespielt volksburg auch auf engen raum da hinten eiskalt abgeschlossen von mehle hier zack da doppelpass da durch da durchgelaufen bockstark gespielt eiskalt dann in die lange linke ecke von nübel gesehen kann er nichts halten ja das doof das ist doof zeitpunkt auch kacke so direkt nach der halbzeit muss nicht sein jetzt leckt ja jetzt leckt ja volksburg richtig richtig blut schlechter zeitpunkt dafür sehr sehr schlechter zeitpunkt für so einen ausgleich aber auch da muss man sagen ne gut rausgespielt von volksburg schön rausgespielt vorm was weiß ich was was ist das jetzt hier 20 millionen mann hat das ding reingekloppt am ende des 1 1 wird nochmal geschaut wegen wegen abseits ok die schauen auch eine weile also war es wohl eng war wohl eine knappe entscheidung jetzt warten mal ab ob ich wieder zurücknehmen kann das 1 1 was natürlich sehr schön wäre kovac hat schon angst kovac schwingt schon ab kovac hat schon angst na tor zählt tor zählt scheiße war es scheiße war es mio im seite 11 meter 11 meter was geht denn jetzt hier auf einmal ab jetzt geht es ja schlag auf schlag mehle tor schütze kriegt direkt gelb da wurde schon auch gut gezerrt an mio ne da wurde schon auch gut gezerrt an mio ich muss die seite nochmal sehen aber wirklich direkt nach dem anstoß mio geht in 16er da ist er schon dran da ist er schon dran ja also kannst dich kannst dich meckern den kannst du pfeifen unten schiebt dann auch noch weg also kannst du pfeifen kannst du pfeifen 100% klar du fällst immer ein bisschen leichter noch in der situation ist ja auch ganz logisch aber der zieht da über ey jetzt kackt der hier wagt nochmal an anton an oder was jetzt gibt es ja mal stress hier aber wie gesagt der zieht da mio über 4, 5, 6 meter einer noch in berührung hinten auch noch rein in den körper von hinten noch ein kleiner schieber 11 meter 100% in ordnung 100% richtig gera sieht schild der schaut sich das ganze an in der Hocke der Wolfsburger na gut anton und der Wolfsburger machen da beide so ein bisschen hin und her irgendwelche Machtspielchen stiller hat den Ball gehabt jetzt nimmt ein Gerasi und jetzt geht der Wolfsburger an Gerasi ran Junge verpiss dich doch was soll denn der Quatsch da wirklich Finger weg Finger weg jetzt Gerasi jetzt Gerasi 11 Meter das wäre Saisontor 20 weil er den reinknüppelt ne das wäre 20 die beste Saison in den letzten Jahren war Gomez mit 24 am Ende der Saison noch 34 Spieltagen das könnte jetzt Nummer 20 sein von Siru Gerasi Boah drin drin kurz Angst gehabt Gerasi Gerasi Junge der Typ durch durch den läuft Eis durch den Mann läuft Eis der Elfer war schon nicht ganz souverän ne da war Castells da deswegen auch so ein bisschen verhaltener Jubel sag ich mal Castells war dran aber auch das Qualität war halt mit so viel Wucht so viel Gewalt so viel Schusskraft drin dass er halt nicht mehr das Ding rausholen konnte Castells danach geht das so vor die Wolfsburg Kurve ne das klar das ist auch was was du nur als Fan feierst bei dem das Tor gefallen ist aber ähm ja trotzdem einfach auch cool ne einfach cool boah naja hat hat wohl Fuß recht war einer der schwächeren Elfmeter aber drin ist drin der fragt am Ende in den nächsten 4-5 Spieltagen keiner mehr danach wie der Elfmeter reingegangen ist Hauptsache das Ding ist drin Gerasi 20. Säsortor 20. Doppelpack heute und ich möchte nochmal wiederholen was ich dann immer wieder sag erster Spieltag gegen Bochum im Stadion mit dem Kollegen reingebrüllt bei Gerasi 1 von 25 also 1. Säsortor von 25 weil wie gesagt die beste Saison vom VfB-Störmer in den letzten Jahren war Gommes mit 24 deswegen 1 von 25 reingebrüllt jetzt sind wir an Spieltag 23 oder 24 ist es jetzt der Mann steht auf 20 der Mann steht auf 20 also der Gommes Rekord der bröckelt der bröckelt ist das geil und das ist einfach auch eine Weltklasse Reaktion eine Weltklasse Reaktion fängst du das 1 zu 1 und wirklich mit der Aktion nach dem Ab oh Wagnoman 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 Joshua Wagnoman 3-1 3-1 ich wollte gerade über Reaktionen sprechen ich wollte gerade loben dass es 2-1 gefallen ist dann setzen sie noch einen drauf Riesenbock vom Wolfsburger Riesenbock vom Wolfsburger ganz klar unterschätzt den Ball komplett und dann stichelt den ein Wagnoman rein Junge wow Absatzgefahr wow hohe Absatzgefahr aber da verkackt das der Wolfsburger Kassier ist auch nicht genau dran Wagnoman schippt das Ding rein 3-1 wenn es stehen bleibt wenn es stehen bleibt 3-1 Junge das 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 nenne ich mal eine Reaktion das nenne ich mal eine Reaktion die VfB Fans geben Vollgas das sowieso ist ja auch ganz klar jetzt mal gucken ob es stehen bleibt ich kann sein dass der irgendwo keine Ahnung Oberkörper Schulter whatever dann doch den die paar Millimeter zu weit war sah sehr knapp aus aber ich wollte gerade loben wie geil das ist direkt nach dem 1-1 mit der ersten Aktion nach dem Abstoß oder nach dem Anstoß das 2-1 zu machen mit dem Elfmeter den Elfmeter zu erzwingen da machen die sogar das Dritte und egal ob es zählt oder nicht egal ob es zählt oder nicht war ja scheinbar sauknapp egal ob es zählt oder nicht auch das geile Reaktion auch wenn es das Abseits-Tor ist 1-1 ist den Jungs scheißegal ja Abseits schade schade 2-1 aber trotzdem auch das sau sau geile Reaktion direkt nach dem 1-1 zielt in der Lage innerhalb von 3-4 Minuten fast auf 3-1 zu stellen zumindest auf 2-1 das ist halt auch eine Wahnsinnsqualität von der Mannschaft ne eine Wahnsinnsqualität da brauchst du dich echt da brauchst du dich echt gefühlt vor vor absolut nichts Angst zu machen bei der Mannschaft vor keinem Spiel vor Läufen oder was auch immer vor keinem Wendungen whatever brauchst du dir keine Angst zu machen vor das heißt du kommst halt in den offiziellen Ausflugerscheid gefühlt nicht rein so sind wir mal ganz ehrlich 5% das wird schwierig werden das heißt die Frage wie du europäisch an Karten kommst ist halt dann die Thematik bekommst du vielleicht irgendwo schon mehr Blöcke so vielleicht kriegt der VfB es irgendwo hin dass du mehr Blöcke bekommst auswärts und das andere Thema halt inwieweit kommst du an Karten über den Verein wenn du jetzt in Barcelona spielst in Liverpool spielst keine Ahnung wo spielst in Sevilla spielst whatever in Inter Mailand spielst oder so der Ausflug ist so klein da gibt es genügend die da Vorkaufsrechte haben Ultras Fanclubs und so weiter und so fort da wirst du gefühlt nicht an Karten kommen da ist halt die Frage wie kommst du an Karten in eben Blöcken von dem Klub ist da was möglich haben die freie Verkäufe verkaufen die selber ihre Spiele aus verkaufen die dir irgendwie Karten Frankfurt in Barcelona zum Beispiel das wird das große Thema werden also auswärts wird schwierig glaube ich in den meisten Fällen ich werde es versuchen ich mache mir jetzt nicht viel mehr Hoffnung als dass ich vielleicht irgendwie einmal irgendwo mitfahren kann das ist ja auch schon seit Jahren der Traum einmal europäisch mitfahren das ist der absolute Traum seit Jahren ähm oh Gerasi Carazzo Gerasi und gut in Heimspielen ist ja eh klar in Heimspielen natürlich dann äh im Normalfall sag ich mal außer es ändert sich irgendwas ganz dramatisch wie gesagt ist ja noch ein bisschen Zeit bis September aber im Normalfall zu Hause halt Dauerkarte Dauerkarte für Bundesliga Dauerkarte für Champions League Gruppenphase oder wie auch immer das dann heißt in der Champions League in dem neuen System aber halt einfach Dauerkarte für die Gruppenspiele Vorrundenspiele der Champions League wie auch immer das sollte klar sein das sollte hoffentlich auch machbar sein wenn du eine Dauerkarte hast einfach Vorkaufsrecht am besten auf deinen Platz halt Dauerkarte Bundesliga Dauerkarte Champions League ähm Dortmund zum Beispiel macht es ja in einem Paket dass du sagst ich da auf eine Dauerkarte die Bundesliga und Champions League beides drin hat so macht es ja Dortmund zum Beispiel also zumindest die Heimspiele sollten recht sicher sein hoffe ich mal ähm aber auswärts wird natürlich nochmal eine sehr sehr viel schwierigere Angelegenheit das ist ja auch ganz klar Leveling hoch Wagnumann hat ein bisschen Platz legt ihn auf links jetzt kriegt er sein Tor jetzt kriegt er seine Hütte und ruft wieder irgendwen an der Mann er ruft irgendwen an Joscha wagt nur mal Junge geil Mann müsste es zweites sein nach Gladbach gell zweites Saison-Tor jetzt bekommt er es vorhin noch abseits minimal abseits jetzt kriegt er es auch da halt Wolfsburg Wolfsburg viel zu weit weg viel zu weit weg da ist kein wirklich gefühlt kein Pressing da sag ich jetzt mal ganz böse wie viel Platz der hat Lebeling können den Ball da spielen Wagnumann kann die Schusstäuschung machen in die Mitte legen lange Ecke ja fast Trainingsstationsmäßig in die lange Ecke legen Abschluss suchen geil freut mich für Wagnumann ich mache was heißt runter machen aber ich ich kritisiere ihn des öfteren Mal natürlich auch berechtigt dann in gewissen Situationen in gewissen Spielen und sowas aber das freut mich sehr für ihn Treffer 3-1 damit dürfte das Spiel wir haben noch ein bisschen zu spielen und damit dürfte das Spiel normalerweise durch sein brutal wichtig zwei Tore Abstand schon oft angesprochen brauchst du immer auch bei sein für die Seele die zwei Tore Abstand Wagnumann freut mich auch für ihn vorhin abseits Tor ganz knapp jetzt kriegt er sein Tor herrlich 3-1 in Wolfsburg du hörst es Europapokal die Fan ist ja gekommen wir haben gerade noch darüber gesprochen es ist halt wirklich aktuell Junge das ist laut ich muss mich hier kurz unterbrechen du hörst die Fans richtig geil laut raus ich sag's dir ein paar Mal schon im Stream man muss immer rausgehoben werden was für geile Fans wir haben aber was ich eigentlich sagen wollte habe ich auch diesen Stream schon oft gesagt es ist halt gerade aktuell wirklich es ist wohl Full Oase VfB Stuttgart es ist wohl für die Oase VfB Stuttgart genießen 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 ich kriege jetzt schon ganz oft Gedanken weil es wird ja in irgendeiner Form passieren irgendwas werden wir erreicht haben wenn wir dann Hoeneß auf dem Zaun haben letzter Spieltag zu Hause gegen Gladbach Hoeneß auf dem Zaun und du das quasi dann gegenschneiden kannst quasi hier Spiel gegen Augsburg ich komme auf dem Zaun wenn wir es erreicht haben letzter Spieltag Hoeneß auf dem Zaun wir haben was erreicht können wir es feiern welcher Wettbewerb auch immer welcher Tabellenplatz auch immer da kriege ich jetzt schon das Gefühl wirklich ganz oft beim drüber nachdenken alleine das dann zu haben ne so lange drauf gewartet seit kurz vor Weihnachten drauf gewartet diese geile Ansage von Hoeneß ich komme auf dem Zaun wenn wir es erreicht haben und dann letztes Spiel zu Hause auch noch mal so geil letztes Spieltag zu Hause zu haben gegen Gladbach wir haben was erreicht wow oh meine Fresse Jungs das muss es halt auch nicht sein es ist wieder nur ein Tor Abstand wieder ein Tor Abstand hast du wieder ein Standard Tor gefangen wieder wieder jede Woche ja Anton ist genau das ist genau das hier genau diese Pose ist es jetzt sind es wieder dran du hast noch 10 Minuten Zeit jetzt sind es wieder dran ja weil der Ball wieder irgendwem dann vom Arsch abprallt und dann irgendwo bevor ein Wolfsburger landet du du verbringst halt echt keinen Spieltag ohne Gegentor in irgendeiner Standardsituation das war jetzt eher doof das Tor das war jetzt nichts was du groß verteidigen kannst das war ein bisschen Glück auch einfach für Wolfsburg den Zoo reinzustochern dann am Ende des Tages meine Fresse du verbringst keinen Spieltag ohne du verbringst keinen Spieltag ohne das ist ja so nervig das ist ja so nervig der wird gefightet und die VfB Fans dröhnen nochmal rein ey ist das geil ist das geil ist das geil Antoine hat gefragt wie lang noch zwei Minuten sind es noch von den sechs Stück komm Jungs nimmt das mit nimmt das mit das werden weitere Big Points das werden weitere Big Points Dortmund hier vor kurzem erst nur nur einen Punkt geholt eine 1-1 geholt Wolfsburg für ein paar Mannschaften eklig ne auch für uns ne in den letzten Jahren Wolfsburg immer total eklig gewesen hab ich euch erzählt ne seit 2007 einmal gewonnen einmal unschuldig ich glaube zwölfmal verloren Wolfsburg immer eklig für uns in Wolfsburg deswegen Jungs bringt das über die Zeit ist das stark ist das stark Junge 3 zu 2 in Wolfsburg 3 zu 2 Auswärtssieg in Wolfsburg die X-Goals zeigen sie warum auch immer nicht an haben sie hinbekommen ich schließe das Spielfazit direkt mit an ein wirklich ein am Ende wildes Spiel geworden nochmal für mich bleibt hier trotzdem auch über 7 Minuten dass das hier wirklich verhältnismäßig souverän war ich bleibe bei dem Wort souverän aber Wolfsburg war halt immer wieder dran auf ein Tor Abstand wieder zwei Tore Abstand wieder auf ein Tor Abstand das Ding gewuppt bekommen ich hatte aber ehrlicherweise klar durchs Ergebnis halt ne Schlussphase ab der 85 nochmal 6 Minuten Nachspielzeit da kam ein bisschen Puls ne ist klar aber ich mir zumindest auf mich hat das so gewirkt als wäre das hier wirklich ne runde Sache ne ich hatte jetzt nie groß Angst davor dass Wolfsburg hier noch das Ding dreht wo er uns hier einen Punkt wegnimmt die einzige Angst die einzige Spannung kam nur rein weil das Ergebnis immer knapp war ne ein Tor Abstand da kann immer so eine scheiß Aktion passieren auf einmal stets unschieden sonst wieder eine reife Leistung von uns Jungs körperlich dagegen gehalten was du gegen Wolfsburg machen musst da musst du auch wieder ganz groß hervorheben direkt zurückgekommen 1-1 kassiert nach der Halbzeit direkt Elfmeter direkt 3-1 auch wenn es Abseits war aber super Reaktion gezeigt sofort da gewesen von von Anstoß ab wirklich wie immer ein Riesenlob an die Truppe jedes Mal aufs Neue ein Riesenlob an die Truppe in Wolfsburg gewonnen was die letzten Jahre wie gesagt die letzten 17 Jahre jetzt in Summe genau zweimal getan haben wunderbar Punkte gemacht Dortmund gewonnen Leipzig gewonnen es ist ja unsere Form von Kampf da oder tabellarischen Kampf Champions League Kampf da oben haben alle gepunktet wir jetzt auch in Wolfsburg wir stehen auf unglaublichen 50 Punkten das ist der Wahnsinn wir stehen auf überragenden 50 Punkten Alter das Spiel hier auch weiteres weiteres Beispiel dafür was diese Mannschaft aktuell zu leisten im Stande ist für Wolfsburg weiter schwierige Zeiten für Kovac schwierige Zeiten mal gucken wie lange der sich noch im Amt halten kann die VfB Fans geben hier Vollgas auswärts wir haben Vollgas gegeben hier im Chat alle vorm Bildschirm Stimmung hier ist Vollgas nächste Woche Union danach die absolute Vollgas Eskalation auswärts Heimspiel in Hoffenheim wunderschön man kann es beenden man kann es runterbrechen wie immer man hat es sich hier glaube ich schwerer getan als es musste man hat hier den Gegner mehr rankommen lassen als man musste aber der VfB bleibt weiterhin wie ich es auch über das Spiel schon lang gesagt habe wirklich eine Wohlfühlerase Wohlfühlerase VfB Genießerhaltung VfB so gehen wir in das Restwochenende in den Sonntag rein drei Punkte in Wolfsburg Bock stark Jungs 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 Untertitelung des ZDF, 2020